Ich muss mich einfach nicht mehr entscheiden. Nicht als klassische Sängerin nur mehr Arian für Sopran zu singen. Ich darf Pop singen, ich darf Jazz singen, ich darf Schlager der 20er Jahre singen und ich muss mich auch in meinem Leben nicht mehr entscheiden. Ich darf eine weiche, künstlerische, intuitive Seite haben und ich darf auch im Business arbeiten, wie ich das jetzt als Trainerin tue. Das ist mein Lebensmotto. Liebe dein Leben, lass die Entscheidungen.